In diesem Video möchte ich die Elektroinstallationszange, die mir von Kniepex mit einigen anderen Werkzeugen zur Verfügung gestellt wurde, vorstellen. Diese Zange fällt durch ihren großen Funktionsumfang auf, so dass sie scheinbar viele Werkzeuge ersetzt. Ob sie sich tatsächlich für alle beworbenen Aufgaben eignet, werde ich in diesem Video testen. Doch zunächst einmal ein paar Details zur Zange. Sie ist mit etwas mehr als 21 cm Länge und einem Gewicht von etwa 280 Gramm angesichts ihrer vielen Funktionen relativ kompakt und leicht. Auffällig ist das geschraubte Gelenk, von dem Kniepex einen präzisen, spielfreien Gang verspricht. Eine weitere Eigenheit der Zange sind die markanten Außenkanten. Hiermit sollen Löcher entgratet und weitere Arbeiten, für die es kein spezielles Werkzeug gibt, durchgeführt werden können. Die Spitze der Zange ist im vorderen Bereich abgeflacht. Außerdem sind hier die Greifflächen glatt, wodurch sie sich zum beschädigungsfreien Greifen von Adern eignen. Die profilierten Greifflächen und das sogenannte Brennerloch gewährleisten ein sicheres Greifen von flachen und runden Materialien. Darunter befindet sich das Krimpnest zum Krimpen von Aderendhülsen zwischen 0,5 und 2,5 mm². Abisoliert werden die Adern mit den zwei Abisolierlöchern für Querschnitte von 0,7 bis 1,5 mm² und für 2,5 mm². An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass alle aufgebrachten Beschriftungen höchstwahrscheinlich gelasert wurden, sodass sie auch langfristig noch gut lesbar sein dürften. Das Herzstück der Zange ist die Kabelschere, mit der Leiter und Kabel bis zu einem Durchmesser von 15 mm bzw. einem Querschnitt von 50 mm² präzise geschnitten werden können. Kniepex-typisch ist die Zange hochwertig und qualitativ verarbeitet. Doch nun sollen auch einige praktische Anwendungen durchgeführt werden. Das Schneiden von Leitungen ist problemlos möglich und erfordert deutlich weniger Kraft als bei einem Seitenschneider. Zudem ist das Schnittergebnis deutlich besser. Das Abmanteln von Kabeln und Leitungen kann ich mit dieser Zange jedoch nicht empfehlen. Auch wenn es mit viel Gefühl möglich ist, die Leitung abzumanteln, ohne die Adern zu beschädigen, ist insbesondere für Unerfahrene die Gefahr recht hoch, die Isolierung der einzelnen Leiter zu verletzen. Das Abisolieren von starren eindrätigen Adern funktioniert problemlos. Die Ader wird hierbei weder beschädigt noch berührt. Bei feindrähtigen Leitern ist mir jedoch negativ aufgefallen, dass teils einzelne Drähte leicht angeritzt oder schlimmstenfalls sogar abgerissen werden. Hierzu habe ich Aderleitung mit der Bezeichnung H07VK und einem Querschnitt von 1,5 mm² von unterschiedlichen Herstellern verwendet. Auch bei einer PVC-Schlauchleitung mit dem gleichen Leiterquerschnitt ergab sich an den Adern ein ähnliches Bild. Das Universal-Abmantelwerkzeug von Kniepex hat hingegen alle Adern beschädigungsfrei abisoliert. Ich vermute daher, dass das Abisolierloch sehr knapp im Messen wurde, um den großen Abisolierbereich zu gewährleisten. Denn während bei eindrätigen Leitern noch etwas Spiel zwischen Ader und Schneide bleibt, wird das Abisolierloch vollständig von den Einzeladern ausgefüllt. Somit kommt es bereits bei geringer Unförmigkeit im Leiter zur Beschädigung oder zum Abriss von einzelnen Drähten. Kleinere Querschnitte lassen sich jedoch beschädigungsfrei abisolieren. Mit dem zweiten Abisolierloch können sowohl eindrätige als auch feindrätige Leiter mit einem Querschnitt von 2,5 mm² beschädigungsfrei abisoliert werden. Das Krimpen von Ader-Endhülsen ist mit der Zange ebenfalls möglich, wobei das Krimpergebnis selbstverständlich nicht mit einer selbst einstellenden Krimzange mithalten kann. Die Zangenspitze kann durch ihre markante Form individuell eingesetzt werden. So können beispielsweise Löcher in Hohlwanddosen aufgeweitet werden. Außerdem eignet sie sich um beispielsweise vorgestanzte Kabeleinführungen aufzubrechen und zu entgraten. Auch andere Materialien wie etwa geschnittenes Stangenrohr kann auf diese Weise entgratet werden. Außerdem können die Enden von kleinen Kabelbindern hiermit geradfrei abgedreht werden. Dank der glatten Greiffläche im vorderen Teil der Spitze können Adern beschädigungsfrei gegriffen und bei Bedarf gebogen werden. Aufgrund ihrer Größe und dem weiten Öffnungswinkel beim Schneiden ist die Zange jedoch teils unhandlich und für einige Aufgaben wie etwa das Schneiden von Adern oder Kabelbindern in engen Bereichen gänzlich ungeeignet. Einen Seitenschneider wird die Elektroinstallationszange somit nicht ersetzen können. Auch ein geeignetes Abmantelwerkzeug ist meines Erachtens zusätzlich unverzichtbar. Insgesamt handelt es sich jedoch um eine qualitativ hochwertige, multifunktional einsetzbare Zange, die sich insbesondere für Servicetechniker oder Heimwerker aufgrund ihres geringen Platzbedarfs eignet. Sofern Sie sich für einen der gezeigten Artikel interessieren, finden Sie in der Videobeschreibung die Links zu den Produkten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung, ein Kommentar oder ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.